Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir haben einen Neuzugang, einen Überläufer. Keiner erkennt schneller als du, wer ein Spinner ist und wer nicht. Heute wird ein russischer Agent nach New York City kommen, um den Präsidenten zu töten. Der Kerl redet Unsinn. Mach Schluss, Ev. Der Name des Agenten ist Evelyn Salt. Mein Name ist Evelyn Salt. Dann sind Sie ein russischer Spion. Wo ist Daddy? Wissen Sie, wer diese Frau ist? Was dieses Land ihr verdankt? Die Vorschrift ist eindeutig. Wir fassen sie oder legen sie um. Da ist sie. Salt! Ich bin unschuldig. Jemand will mich reinlegen. Lasst mich meinen Mann finden. Salt! Vielleicht ist Zoldia, wer sie behauptet zu sein. Vielleicht ist Ihre Abteilung meine, ist sie zu fassen, damit wir es rausfinden. Sie haben mich. Sie war schneller als ich. Warum hat sie nicht geschossen? Hier läuft auch noch was anderes. Wenn sie die Wahrheit gesagt hat, bricht ihr bald die Helle los. Glauben Sie, jeder ist das, wofür er sich ausgibt?